Popsängerin Beyoncé hat sich bei den Kunden eines Supermarktes im US-Bundesstaat Massachusetts beliebt gemacht. Nach einer demonstrativen Shoppingrunde griff sie zum Kassenmikrofon. An alle, die jetzt im Laden sind, die ersten 50 Dollar für eure Weihnachtsgeschenke gehen auf mich. Frohe Weihnachten von Beyoncé. Dass sie die Selbstvermarktung beherrscht, hatte Beyoncé diesen Monat schon einmal bewiesen. Ihr neues Album veröffentlichte die Sängerin ohne Vorankündigung exklusiv im Apple-Shop iTunes und schaffte es auf Anhieb auf Platz 1 der amerikanischen Charts. Ihr wolltet, ihr wolltet, ihr wolltet mir ein Name? Oh, my goodness. Oh, wie süß wie ihr seid. Oh, was ihr Name? Hey, Ariana.